Wie ausgewechselt, der Titel von Assauers Biografie. Ein Hinweis darauf, wie sich der ehemalige Schalker-Manager fühlen muss. In dem Buch beschreibt der 67-Jährige die verblassenden Erinnerungen an sein Leben und über seine Erkrankung sagt er Wenn es eine Sache in meinem Leben gibt, vor der ich immer Angst hatte, so richtig Schiss auf gut Deutsch, dann Alzheimer. In dieser Essener Klinik wird Rudi Assauer derzeit behandelt. Eine Heilung, so die Ärzte, gibt es noch nicht, aber bei rechtzeitiger Diagnose kann der Verlauf von Alzheimer verlangsamt werden. Was man jetzt machen muss, ist sich darauf besinnen, die Medikamente, die wir zur Verfügung haben und vor allen Dingen eine Schulung und Aufklärung der umsorgenden Angehörigen. Seine Ehe mit Britta Idrissi, die er erst im April 2011 geheiratet hat, ist offenbar an der Krankheit zerbrochen. Jetzt lebt Rudi Assauer bei seiner Tochter Bettina. Er wird immer stärker auf fremde Hilfe angewiesen sein. Zum Schluss verlernen Alzheimer-Patienten beinahe alles. Die Menschen versteifen, sie verlernen zu gehen, zu stehen, müssen mitunter auch durch Bettgitter von Sturzereignissen geschützt werden. Das ist ein bitteres Bild, das Endstadium. Wie stark die Erkrankung ist, erkennen Fachleute zum Beispiel mit dem sogenannten Uhrentest. Im fortgeschrittenen Stadium können Patienten die Uhrzeit kaum aufmalen. Große Hoffnung legen die Forscher in eine Impfung, die derzeit in den USA getestet wird. Mit ersten Medikamenten ist allerdings nicht vor fünf Jahren zu rechnen.